Ja, Moin zusammen, nicht? Moin zusammen, Kuschel, nicht? So, alles gut? Kuschel, alles gut? Ja, und so, alles gut? Na, was ist los hier, ne? So, komm her, Gründchen. Hoch mit dir, ne? So, komm her, Pinguin. Ja, da ist der Pinguin, ne? Komm, jawoll. So, und so. Komm her, noch ein Pinguin. Und ein Gründchen. Ja, so, dann das Wölkchen. Wie ist das? Kalte Brüse, also. Hast du gebadet? Hast du gebadet? Ja. Ja? Komm mal her. Hopp. Vielleicht, ne? So. Und du hast mir abgeholt, ja? Du, Milka. Komm her. Na. Alte Milka. Was ist los? Milka. Hm? So, morgens, hm? Hm? Turkey? Alles gut, meine neue Turkey? Ja, komm her. Meine neue Turkey, ne? So, und ein neuer Gründchen. Aha. Was war das denn für eine Landung, hm? So. Gründchen. Ja, komm her. Was war das denn für eine Landung, hm? Da müssen wir aber noch üben, ne? Da müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Ja, das war schon besser. Das war schon besser. Und du, Spatz, komm mal her. Mein Spatz bist du, ne? So. Ja. Bist du mein Spatz? Hm? Von der Seite 1? Ja, komm. Mein Spatz, ne? So, wollen wir mal weiter gucken? Hm? So, wollen wir mal weiter gucken, ja? Ja? Hm? Noch ein Pinguin. Ja? Noch ein Pinguin. Was hat's teuer? Kommt? Hallo? Hm? Du? Milka? Hm? Was hab ich gehört? Du wirst ja erst geholt? Ja? Ja? Wo ist's teuer? Hm? Ja? Wo ist teuer? Hm? Da ist teuer? Hm? Komm her. Da ist teuer, ne? Alles wo ist teuer? Ja? So. Wir sehen uns noch die Wolke, ne? So. Die Wolke, wo ist die denn geblieben? Ist die noch nicht nass? Ja? Ist die noch nicht gefänglich, die Wolke? Ja, nicht? Die ist noch da drin, nicht? Ja? Ist die das? Ja? Ne? Das siehst du gar nicht. Ja? Die Wolke ist von draußen. So. Aber wo? Hm? Wo ist die Wolke? Ja? Wo ist die Wolke? Die? Ja? Wo hat sich die Wolke versteckt? Die? Ja? Wo hat sich die Wolke versteckt? Die? Ja? Wo? Ja? Ja? Wo ist die Wolke? Ja? Ja, woher? So. So. Wo hat sich die Wolke versteckt? Da bist du, nicht? Da traist du gerade lang Wolke, nicht? Komm mal her. Da ist die Wolke, ne? Morgen. Da ist die Wolke, ne? Du gehst auf die Reise, ne? Wolke? Ja. Gehst du auf die Reise? Alte Wolke? Ja, ne? Ja. Alles gut. Tut es? Wolke? Ja. Gehst du auf die Reise? Ja, ne? Gehen. Gehen. Komm mal her. Alles gut. So. Alles ist gut, ne? Ja. Gehen. So. Was haben wir denn noch hier, ne? Noch ein Milch. Zeig mal her. Noch einen kleinen Milch, ne? So. Ja? Bist du ein Milchvogel? Hallo. Komm her. Komm her. Ein Milchvogel. Und was bist du? Der andere Milch. Du bist das Kuschel 2, ne? Du bist Kuschel 2, ne? Ja. Ja. Und so. Hm? Du willst noch ein Fogel werden, ne? Du willst noch ein Fogel werden, ne? Ja. 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 Und du? Hm? Willst du ein Fogel werden, du? Ja. Hm? Willst du ein Fogel werden? Mhm. Ja. Ja. So. Weiter geht's, ne? Wie so? Hm? Du bist Kuschel 2, ne? Ja. So bist du Kuschel 2, ne? Ja. So. Hm? Du bist auch gelb eigentlich. Von hinten bist du auf jeden Fall gelb. Von vorne bist du ein bisschen graugelb, ne? Ja. So. Hm? Komm her. Hier. Kuschel 2. Wolke. Keine Wolke. Ja. Du hast gebadet. Das ist Kuschel 3, ne? So. Mit deinem Badefischel, ne? Ja. Ja. So. Und das ist so. Komm her. Komm her. Komm her. Hopp. Du bist Traufeder, ne? Du bist die Traufeder für den Willi, nicht? So. Hm? Bist du die Traufeder für den Willi? Ja. So. Komm her. Hallo. Hallo. Bist du die Traufeder für den Willi? Ja. So. Hm? So. Kriege ich dich wieder in den Griff? Ja. Kriege ich dich wieder in den Griff, hm? So. Alter. Spinner, ne? So. Hm? So. Kleiner Spinner, ne? Traufeder. Haha. Die Traufeder für den Willi, ne? Aus Dortmund. Komm mal her. So. Hm? Dann haben wir noch unsere Grünfinken, ne? So. Komm mal her. Wir haben unsere beiden Grünfinken. Eigentlich haben wir sogar drei, ne? Unsere zwei Grünfinken hier, ne? Ja. Alles gut. Hm? So. Hm? Da sind's drin, ne? Und da ist noch einer. Wie komm her? Willst du raus? Komm her. Komm her. Komm her. Ja? Komm her. Jawohl. So. Da ist Grünfink Nummer drei, ne? Aber der will noch nicht auf die Hand, ne? So. Hm? Du willst noch nicht auf die Hand, ne? So. Hm? Du willst erst mal ein bisschen zickzack fliegen, ne? So. Ja. Na? So, Grünfink. Du willst erst mal ein bisschen zickzack fliegen. Hm? Hm? Na? Das ist ja was, ne? Auf der Hand gelandet. Komm her. Komm her. Hopp. Genau. Und das? Das war an einem Fuß gelandet, ne? So. Hm? Ja. Ja. So ist Grünfink Nummer drei, da. Komm mal her. Hopp. So. Da sind die drei Grünfinken, ne? So. Da sind die drei Grünfinken, ne? So. So. Ja. Komm her. Und so. 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 Hier. Was passiert da? Hm? So. Da bettelt einer, ne? teu. So. So. Peter. Da bettelt einer, ne? So. Komm her. Hallo. Da bettelt einer, ne? Und Handsy sitzt wieder auf der Kamera, hm? So, haben wir genug gezeigt, über euch beiden haben wir das nicht so mehr. So, eine Metall ist nicht so mehr. Hast du gebadet? Ja. So, dann haben wir auch genug gezeigt, wie das heute Morgen ist. Guck dir, was ist los da hinten? Was ist da hinten los? Wer bettelt denn da? So, wir zeigen jetzt die Kamera ab. Wer bettelt jetzt die Kamera ab? Ich.